Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich Lust mal so ein bisschen mich zu schminken, ein bisschen mit euch zu quatschen und einfach mal so neue Produkte hier auch auf meinem Kanal zu zeigen, die jetzt in der letzten Zeit bei mir eingezogen sind. Das sind nicht unbedingt zwingend neue Produkte auf dem Markt, aber Produkte, die ich jetzt irgendwie, wie auch immer, hier hinbekommen habe und entweder teilweise noch gar nicht getestet habe oder noch gar nicht hier so gezeigt habe. Ja, also wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was hier in meinem Gesicht gleich abgehen wird, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich habe natürlich auch was zu trinken und zwar einen Kaffee. Leute, ich brauche Kaffee wie sonst was. Es ist mein Lebenselixier und ich stehe drauf. Ja. Ich hatte heute Morgen dieses Video geplant und dann sind wir so einkaufen gefahren und kam wieder und dann kam ein Päckchen für mich an. Also ich konnte gerade den Postboten abfangen und da war was von How Cosmetics dabei. Also da habe ich mich echt, ich hätte mir noch ein weiteres Loch in meinen Po gefreut, sage ich mal so. Ich habe ja schon den Indigo geteilt, das Pearl Shine Elixier als Primer von denen bekommen und jetzt haben die ein neues Produkt rausgebracht, die Meditative Soothing Cream. Also das ist eine Gesichtscreme, die ich sehr, sehr gerne sehr bald verwenden werde. Weil sobald meine aktuelle leer geht, da freue ich mich schon extrem drauf. Und dann habe ich hier noch den Setting Skin Perfector. Das ist ein Setting Spray oder auch, keine Ahnung, du kannst es auch als normal einfach mal so drüber, um dich zu erfrischen, um einfach wieder perfektioniert auszusehen, verwenden. Das werden wir in diesem Video auf jeden Fall auch gleich am Ende verwenden können. Und ja genau, die Creme, die kann ich dir mal zeigen. Das sieht so aus wie halt tatsächlich auch das Pearl Shine Elixier. Das ist so ein schönes Design und wird dann halt verwendet, sobald meine Creme leer ist, weil ich merke einfach, dass es meiner Haut irre gut tut in letzter Zeit. Also ich habe zur Zeit, ich glaube auf Holz, perfekte Haut, weil ich einfach Produkte bis zum Ende durch benutze. Gerade so große Tiegel auch. Hier haben wir es noch zu. Aber es riecht auch schon so schön dadurch. Danke an das liebe Team von Hau Cosmetics. Das ist so, so geil. Ich freue mich schon richtig drauf. Wäre da gleich auch noch ein Instagram-Mült und alles zu machen. Aber ich freue mich schon drauf, das richtig verwenden und austesten zu können und dann halt auch entsprechend hier reviewen zu können. Und ja, den Setting Skin Perfector, das Setting Spray kann ich nachher noch zeigen. Das ist echt Glas, ne? Das sieht so schön, so edel aus. Also du kannst dir im Prinzip, da sind auch Glitzerpartikel drin, voll schön, die drei Produkte von denen so richtig schön in den Schrank stellen. Ich bin ja so ein Verpackungsopfer. Und wenn man dann halt wirklich auch so den Badezimmerschrank öffnet und dann reinschaut und die Produkte da drin sieht, ein Traum. Also ich freue mich drauf, das alles zu verwenden. Eins davon ist schon eine regere Verwendung, sprich das Indigo Child Pearl Shine Elixier als Primer. Aber nicht heute, weil heute habe ich ja einen neuen, den ich vorstelle. Die Creme wird noch verwendet und das Setting Spray wird gleich noch verwendet. So, was ich aber auch als Anlass dieses Videos mit untergenommen habe, dass ich überhaupt dieses Video drehen wollte, ist dieses ultra krass geile Set von Too Faced. Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, wenn du die Glossy Box und die Look Fantastic Box beide abonniert hast, dann kannst du deine Glossy Points, die du ja durch Produkte bewerten und so weiter und Freunde werben und alles mögliche, ne? Wenn du die bekommst, dann kannst du die bei Look Fantastic in dem Online-Shop einlösen. Und das habe ich gemacht und mir dieses Set geholt. Das besteht aus einer Lidschattenpalette. Das hier ist eine Blushpalette. Das ist ein Highlighter und ein Bronzer. Und hier haben wir die Better Than Sex Mascara. Die kennen wir ja schon, das heißt, die wird nicht getestet, aber die anderen Produkte, ich freue mich. Ja, da gucken wir dann doch mal gleich rein. Aber wir starten als allererstes mit einem Primer in meinem Gesicht. Ich habe heute Morgen einfach mein Gesicht gewaschen, eingecremt, wie auch immer die ganz normale Pflege bei mir durchgeführt. Also nichts Spektakuläres. Ich habe mir jetzt neu gekauft, letztens, das habe ich auch in einem Haul gezeigt, von Love Perfectitude Aura Glow Primer. Ja, ne? Den habe ich noch nie verwendet. Der soll aber sehr, sehr toll sein. Und den wollte ich jetzt einmal, der ist noch komplett zu, Leute. Ja, heute als First Impression auch mit euch zusammen testen. Huch, da ist der Deckel, hat sich schon ein bisschen gelöst, läuft. Okay, das sieht schon mal ziemlich schick aus. Das gefällt mir vom Design schon mal. Ist so ein Pumper. Riecht nach nicht unbedingt viel. Ist relativ fest in der Konsistenz. Ja, den tragen wir uns mal auf. Der hat auch schon so eine leichte Tönung. Doch, jetzt kommt so langsam so ein cremiger Duft raus. Ey, da war ein Krümmel jetzt hier drin. Ich habe eben ein bisschen was gefuttert. Zieht schnell ein. Brauche ich aber definitiv mehr von. Und ich brauche meinen Haarreif. Den kann ich dir auch mal unten in der Infobox verlinken. Es wird unter jedem Schminkie danach gefragt, was das für einer ist. Den habe ich von Amazon. Und den Link dazu setze ich dir in die Infobox. Ich finde den auch unfassbar toll. Deswegen habe ich mir den damals auch geholt, weil ich den einfach, weiß ich nicht, ich finde den knuffig. Und halt so zeitlos, ne. Ich muss mal gucken, ob ich im Winter noch einen neuen Haarreifen jetzt tatsächlich verwende für Winter Make-up Tutorials. Mal gucken. Also der ist jetzt nicht besonders feuchtigkeitsspendend. Da gefällt mir von der Formulierung und vom Ergebnis her tatsächlich das Indigo Child Pearl Shine Elixier von Howe besser. Ja, aber ansonsten. Es ist ein dezenter Primer. Jedenfalls von der Glow-Wirkung her, ne. Und ich finde, es sieht wohl ganz okay aus, ja. Ist aber halt ein Primer. Da kommt ja jetzt ja gleich noch ordentlich was drüber, ne. Der bleibt ja nicht so. Ja. Wird auf jeden Fall weiterverwendet. Achso, hier steht auch noch drauf. Ähm, Perfecting and Illuminating. Also es soll perfektionieren, illuminisieren, also zum Strahlen bringen und Feuchtigkeit spenden sein. Das hat's wohl gemacht. Anti-Wrinkles, also gegen Falten. Okay, nein. Ähm, Anti-Pollution kann ich jetzt... Das ist halt so immer so eine Sache. Das kannst du nicht so wirklich, weiß man nicht, ne. Anti-Oxidation. Ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung, ob das gegen Antioxidativ wirkt, ne. Aber sieht ordentlich aus. Krümmelt jetzt nicht, glaube ich. Oder? Weiß ich nicht. Ne, krümmelt nicht. Alles tut die. Ja. Kann man wohl machen. So. Ich hab hier wie immer so einen Lappen liegen, den ich für alles mögliche verwende. Manchmal fürs Gesicht, manchmal auch für die Hände. Äh, ja. Aber der wird natürlich für jedes Video ausgewechselt, ne. Keine Sorge. Okay. Als nächstes verwende ich einmal einen Lippenpflege-Stift. Denn meine Lippen sind gerade kurz trocken von Eucerin. Der liegt hier aber ständig. Und dann gebe ich mir mal, ähm, die Foundation auf. Die habe ich, glaube ich, ein, zwei Mal off-camera benutzt. Fand sie ganz okay. Von Zoeva ist das die Authentic Skin Natural Luminous Foundation. Und ich habe die Farbe, äh, 050N Beautiful. Keine Ahnung. Ich glaube, die hat die letzten Male ganz gut funktioniert. Kann ich mich so nicht beschweren, ne. Ja. Hat hier auch wieder einen Pumper. Ich liebe Pumper. Dann gebe ich mir immer so zwei Pumphüber auf meinen Handrücken. Und nehme mir ein Schwämmchen, was ich gerade hier habe. Das ist ein angefeuchtetes Lovia-Schwämmchen aus der, ähm, Kooperation mit Luisa Creshen. Und tupfe das dann halt so ein. Die ist relativ flüssig. Also dickflüssig, ne, von der Konsistenz her. Lässt sich aber sehr, sehr schön einarbeiten und verteilen, finde ich. Jetzt gerade ist es ein bisschen dunkel, aber ich mache da ja nachher noch Puder und so ein Kram drüber. Dann funktioniert das alles ein bisschen besser. Man könnte sich die Foundation auch zuallererst mit einem Pinsel auftragen. Das machen manchmal welche auch. Ähm, du erzielst damit immer eine höhere Deckkraft. Also immer, wenn du es mit einem Pinsel machst, dann erzielst du eine höhere Deckkraft. Ähm, ich bin ja kein Fan von hoher Deckkraft. Deswegen lasse ich das, ne. Ich mache das ungern mit einem Pinsel, ähm, weil ich mag meine Haut. Ich mag das, wenn meine Haut noch ein bisschen durchscheint und habe deswegen dann lieber etwas dezentere Deckkraft. Und dementsprechend mache ich das immer gerne mit dem Schwämmchen. Manchmal gebe ich mir die Foundation auch erst mit den Fingern ein und blende sie dann mit meinem Schwämmchen aus. Das ist immer, weiß ich nicht, wie ich gerade so Bock drauf habe, ne. Das ist jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, es gibt keine Gesetze für Leute. Make-up ist Kunst, Make-up muss Spaß machen. Joa. Also die Foundation funktioniert ganz gut bei mir. Ähm, die fühlt sich an, als hätte ich nichts auf der Haut, was ich sehr angenehm finde. Also ich habe jetzt kein entsprechendes Jucken oder ein Draufliegegefühl. Ähm, ich finde, dass sie die Haut immer noch schön durchscheinen lässt. Ich habe mir aber schon ein bisschen zu dunklen Farbton bestellt, ne. Aber ich denke, dass ich den im Sommer sehr gut tragen kann. Und wenn ich gleich noch so ein bisschen mit Blush, Bronzer, Highlighter, Puder und so weiter nachbessere, dann wird eh alles nochmal ein bisschen anders von der Farbgebung. Das ist ja nur die Base. Und da ist es wichtig, dass es soweit sitzen bleibt, an Ort und Stelle. Und das tut die Foundation. Die kriege ich mir nicht in irgendwelche Fältchen rein oder sowas. Das ist ganz toll. Ich mache das übrigens immer gerne nochmal so ein bisschen hinter meinem Ohr. Dass, wenn ich mich zur Seite drehe, dass man dann halt auch nicht unbedingt so krasse Übergänge sieht. Aber, naja. Und am Hals streiche ich gerne. Da tupfe ich ungern, da streiche ich immer so runter halt, um das irgendwie so schöner und softer zu verblenden. Übrigens wurde ich danach gefragt, was das hier ist. Frag meinen Freund, was er da gemacht hat. Ja, ich bin 30 und habe hier einen Knutschfleck. Ist schön, ne? Ja, okay. Gut. So, ich trinke mir erstmal einen Schluck Kaffee. Also ich finde, die Foundation sitzt auch recht angenehm auf der Haut. Also da setzt sich nicht wirklich was ab oder kriegt nicht irgendwie ein Fältchen. Also klar, wenn ich jetzt... Ich werde hier jetzt noch heute ein paar weitere Videos drehen. Da wird es dann mit der Zeit sich auch in Nachfalten und so verkriechen, weil ich einfach... Ich habe Bewegung in meinem Gesicht und das ist ganz normal, dass alles sich dann so ein bisschen mitbewegt. Aber ansonsten, ich mag die Foundation. Ich werde die auch gerne weiterverwenden, aber tatsächlich eher zum Sommer hin, weil doch minimal dunkel, ne? Schön vom Primer finde ich übrigens, dass er noch durchscheint. Dass ich quasi nach wie vor diesen Glow im Gesicht habe. Was aber auch von der Foundation kommt. Also das ist wirklich eine sehr, sehr schöne Geschichte. Die beiden in Kombination habe ich jetzt heute das erste Mal, weil den Primer habe ich ja noch nie verwendet. Und das sieht schon alles sehr lebendig und jetzt nicht aus wie ein Geist oder Todesmatt oder so. Das wäre auch nichts für mich. So, dann habe ich hier einen Concealer. Das ist von Revolution, der Conceal & Hydrate Concealer, den ich in der Farbe C3 habe. Ich hatte auch die passende Foundation dazu. Die habe ich überhaupt nicht gemocht. Also die habe ich drauf gehabt. Ich sah aus wie ein Gespenst. Sie war mir zum einen viel zu hell und sie war mir viel zu dick. Also sie soll ja quasi anders als die Conceal & Define Foundation, glaube ich, halt hydratisierend sein, fand ich überhaupt nicht. Mein Gesicht hat sich todestrocken angefühlt. Habe ich sehr schnell an eine Freundin weitergegeben, weil das überhaupt nichts für mich ist. Sie war mir viel zu deckend und das hat mir überhaupt nicht gefallen. Den Concealer hingegen mag ich relativ gerne. Ja, und den verwende ich auch ganz gerne. Der kommt halt genauso wie halt auch bei der anderen Reihe mit so einem dicken Füßchen unterwegs vor allem. Kommt so halt daher. Da setze ich mir ein bisschen was hier hin. Und arbeite das dann auch wieder mit dem Schwämmchen ein. Der ist auch recht deckend, aber halt nicht zu deckend. Er macht halt in dem Sinne alles sehr ebenmäßig, aber man sieht halt jetzt nicht automatisch extrem geschminkt aus oder so. Und das ist ja immer das, was ich, wenn ich mich schminke, vermeiden möchte. Ich möchte zwar geschminkt sein und ich möchte auch so ein bisschen, dass man sieht, dass ich was gemacht habe. Gerade auf den Augen ist vollkommen in Ordnung. Aber ich möchte nicht, dass man mir ins Gesicht schaut und sieht, oh, das sieht aber überhaupt nicht mehr aus wie ihre Haut, ne? So. Ja. Concealer ist drauf. Concealer gefällt mir. Der hydratisiert, der trocknet meine untere Augenpartie jetzt nicht so unfassbar schnell aus. Ähm, aber man muss ihn schon setten, man muss ihn gut ausblenden. Ansonsten hast du halt schon eine dicke Schicht auf dem unteren, auf der unteren Augenpartie. Das mag ich ja gar nicht. Und, joa, aber so wie es jetzt ist, finde ich es ganz schick. So. Kaffee. Wir haben ja gerade vom Setten gesprochen. Da habe ich hier von Too Faced geholt mir Banana Cream It's Banana Setting Powder. Weil, Banana! Genau, das hatte ich mir letztens gekauft. Habe ich, habe ich das überhaupt schon mal verwendet? Doch, ich glaube, ein, zweimal habe ich das mal benutzt, ne? Da hast du hier so Bananas drauf. Riecht auch ganz leicht nach Banana. Genau, da gehe ich dann erstmal mit dem Schwämmchen rein, um das halt für meine untere Augenpartie zu nehmen. Jetzt nicht um zu baken, sondern halt um das, ne, besser verblendet zu bekommen. Du kommst einfach mit dem Schwämmchen besser ran und kriegst es mit dem Schwämmchen besser drauf, als wenn du es mit dem Pinsel machen würdest. Und dann nehme ich mir einfach hier diesen fluffigen Boutique Pinsel, die P002. Und, joa, sette einmal mein komplettes Gesicht mit dem Puder. Aber das ist wirklich, hm, sehr fest da drin gebunden. Das heißt, du kriegst es nicht so leicht hier raus. Du kriegst nicht so ultra viel auf dem Pinsel. Das heißt, man muss da schon öfters reingehen. Aber dafür ist das, was du auf dem Pinsel bekommst, sehr sanft, sehr leicht. Und fühlt sich jetzt nicht an, als hättest du dir eine Ultraschicht Puder ins Gesicht geknallt oder so, ne? Das mag ich ganz gerne so. Ja, was geht aktuell bei mir? Wir sind aktuell oben ganz, ganz fleißig am Renovieren. Waren heute auch noch im Badezimmer. Gestern habe ich 60 Dübel aus den Wänden gerissen. Ich habe keine Ahnung, wie Menschen so viele Dübel in Wände reinhauen können. Also da muss ich wirklich sagen, dass ich da manchmal an den Menschen zweifle. Das tut mir echt leid, aber es ist so bekloppt. Vor allem, wenn man dann aus einer Wohnung auszieht, den Dübel reinzuschieben und dann nur Spachtelmasse drüber zu machen, ist ziemlich doof. Weil ich durfte dann immer die Spachtelmasse, die dann drüber gemacht wurde, entfernen und die ganzen Dübel rausbröckeln. Teilweise dann die Löcher echt riesig aufreißen, um halt an den Dübel ranzukommen. Ich habe echt die Pimpernellen da oben gekriegt. Aber naja, das war jetzt übrigens der Setting. Powder gefällt mir sehr gut. Das habe ich dann gemacht. Wäre dann morgen wahrscheinlich die ganzen Löcher zuspachteln. Da haben wir Spachtelmasse. Da waren wir heute im Baumarkt und da habe ich mir dann so ein Pöttchen geholt. Eigentlich so ein Gipspöttchen, aber es ist halt ein bisschen flexibler. Da kannst du mit dem Spachtel die Spachtelmasse ein bisschen schöner anrühren und dann halt alles zuspachteln. Wenn das alles gemacht ist, dann hat mein Freund wahrscheinlich auch schon in der Küche den ganzen Fliesenkleber runtergekriegt. Und dann können wir so langsam wieder anfangen mit tapezieren und Rückbau. Da freue ich mich ja echt drauf. Wände streichen und dann wieder alles schön machen. Es ist viel, viel Arbeit, aber es macht mir unfassbar viel Spaß eigentlich. Das ist schon, es ist Zeitraum aktuell auch so ein bisschen, weil ich weiß gar nicht mehr, wo vorne und hinten ist. Ich bin hier sehr viel aktiv. Ich bin auf der Arbeit auch viel unterwegs. Anfang November haben wir ein Teammeeting. Da sind wir mit dem ganzen internationalen Team in Billemshaven. Da muss man echt gucken, wie man das alles hinkriegt. Deswegen. Aber na, wir gucken mal. Und wir kriegen das alle schon hin. So, hier habe ich jetzt meine Too Faced Palette, beziehungsweise das Christmas Set. Das nennt sich übrigens Let It Snow Girl. Da bin ich echt, also geflasht von der Aufmachung von dem Produkt. Das finde ich wundervoll. Aber sowas hat Too Faced ja sowieso raus. Hübsch können die. Genau. So. Dann kann ich jetzt erstmal anfangen mit dem Bronzer, würde ich sagen. Das schiebt man dann so ein bisschen rüber den Kopf halt. Und hier habe ich den Chocolate Soleil Bronzer und den Angel Wings Highlighter drin. Das ist heilig, herrlich, echt geil. So, den Bronzer trage ich mir jetzt mal auf. Den Chocolate Soleil, den habe ich ja auch schon, aber der... Huch! Mist. Das ist nicht der Milk Chocolate Soleil, ne? Huch! Ich hätte da mal so einen Haufen. Wir blenden das Ganze etwas besser aus. Okay. Es wird wahrscheinlich ein etwas dunklerer... Eine dunklere Face Base heute. Oh, lässt sich ja verblenden. So ist es ja nicht, ne? Das ist so typisch, ne? Ich glaube, die neue Produkte verkackt das direkt. Ich gehe jetzt hier mit dem Puder nochmal so drüber, um das halt ein bisschen auszusoften und zu verblenden. Weil mir das doch eher etwas dunkel geworden ist hier. Minimal. Ich meine, das sieht aus, als hätte ich hier einen draufgekriegt, ne? Aber die Farbe gefällt mir, ne? Den hatte ich ja auch in einem Haul mit drin gehabt. Da hatte ich mir den auch geholt. Also ich habe den jetzt, glaube ich, echt dreimal, ne? Das ist ein bisschen häufig. Ich denke, da waren dann dann ein, zwei Mal in Trash-Pakete. Da habe ich gerade noch mit der ein oder anderen was am Laufen. Aber aus Trash-Paketen habe ich hier, glaube ich, gar nichts liegen. Naja. Weil ich mag den Chocolate Soleil einfach. Der macht so einen schönen Weichzeichner-Effekt auch noch mit dabei, ne? Also der ist sehr sanft, sehr angenehm, wenn man ihn nicht überdosiert wie ich. Aber auf der anderen Seite sehen wir es gleich wahrscheinlich etwas schöner. Ich mache hier gerade echt so eine Kombi aus meinem Puder und dem Bronzer so ein bisschen. Hopfen und Malz ist eh verloren. Egal, ne? Das gefällt mir trotzdem. Ich mag die Farbe. So, das war der Bronzer. Dann gucken wir uns mal den Blush an und machen das dann auch ein bisschen vorsichtiger vielleicht. Genau. Da haben wir hier den Bauch von dem Schneemann-Lady-Mädchen, wie auch immer. Und haben da tatsächlich vier verschiedene Farben. Das hier sind die vier Farben. Und ja, die swatchen wir einmal hier auf dem Arm. Sieht intensiv aus. Huch. Ich merke schon, das wird heute dann wahrscheinlich ein eher intensiver Look hier. Deswegen mal schnell einen Schluck Mood-Kaffee. Okay. Dann fange ich erstmal vorsichtig an mit der Farbe Snow Kissed. Das ist ja dieses ganz helle Tönchen. Da ist er auch direkt mit auf dem Pinsel, ne? Ja, aber den sehe ich ungefähr nicht wirklich. Also das wäre für mich schon wieder wirklich zu wenig. Da würde ich auch mehr wollen. Aber den kann ich jetzt ja quasi als Base-Blush-Ton nehmen. Hier in diesen Rumschiebe-Fächern hast du übrigens keine Spiegel drin. Das fand ich ein bisschen schade. Das hat Too Faced in den normalen Produkten doch ganz toll gelöst. Aber das hast du hier nicht wirklich. So, dann gebe ich mir Mary and Bright einfach mal da drüber. Ganz vorsichtig. Oh Gott. Dolle Pigmentierung. Ja, der ist schon mehr was für mich und der gefällt mir auch ganz gut. Das ist wirklich so ein schöner Peachy-Ton, der dein Gesicht so ein bisschen natürlich aussehen lässt. Ein bisschen, ja, errötet siehst du dann aus. Aber nicht zu doll. Das gefällt mir. Den blende ich ja auch immer ganz gerne so nach oben hin, nach unten hin, dass man dann quasi diese, ja, Einheit hat. Dass es nicht einfach nur ein roter Fleck ist, den man dann sich da hinmalt oder einen Streifen, sondern einfach so, dass es sich harmonisch einfügt. Ja. Den Pinsel, den ich hier verwende, ist übrigens einer von Fräulein B. Den hatte ich auch in irgendeiner Glossy-Box oder so mal mit drin. Ich habe übrigens versucht, dass ich wirklich keine Produkte aus Adventskalender nehme. Denn ich glaube, dass ihr noch nicht wirklich eure Adventskalender habt oder noch nicht wirklich geöffnet habt. Und deswegen möchte ich euch jetzt nicht spoilern. Und ja, genau, habe dann deswegen darauf verzichtet. Es wird ein Full-Phase-Adventskalender-only geben. Aber das möchte ich dann tatsächlich erst im Dezember oder so hochladen. Das kann ich gerne vorher drehen. Aber das werde ich nicht vorher online stellen, bevor wirklich die Produkte dann auch ganz normal bei euch angekommen sind. Weil ich will nicht spoilern. Das ist doof. Pink Christmas gebe ich jetzt einfach auch mal so hier oben ein bisschen noch drüber. Ganz dezent. Das ist ja dieser extrem Glitzer, nicht Glitzer, Schimmer, sage ich mal. Abgeklopft und dezent gesagt. Und trotzdem hat sie sich hier... Olla, 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 olla. Da brauchst du fast keinen Highlighter mehr. Krass. Aber ja. Aber wow. Damit hätte ich echt nicht gerechnet, dass er so krass pigmentiert ist. Huch. Ja gut. Aber na. Wir reden auch von Too Faced. Da ist die Qualität ja auch entsprechend des Preises angepasst. Das muss ja auch so sein. Alles andere wäre ja auch traurig. Aber hier habe ich mir echt so ein Huch-Ding gesetzt. Ja, vom Krümmeln in der Palette... Ich puste das ja immer weg, ne? Aber da krümmelt nicht wirklich was. Das ist so ein bisschen, wenn du halt richtig festgebundenen Pinsel da reingehst, dass dann auch mal ein bisschen sich da... Dass da Bewegung in den Fähnchen drin ist oder in der Palette ist, sehr klar. Aber ja. Mir gefällt auch die Blush-Palette sehr, sehr gut. Genau. Den Highlighter mache ich gleich. Dann trinke ich mir jetzt noch einen Schluck Kaffee. Denn jetzt kommen wir mal zu meinen Augenbrauen. Da verwende ich zwei Produkte, die ich glaube ich noch gar nicht verwendet habe. Aber das ist einmal Precisely My Brow Pencil von Benefit. Den hatte ich, glaube ich, mal gratis zu einer Douglas-Bestellung mit dazu gekriegt. Und fixieren möchte ich meine Augenbrauen mit dem Anastasia Beverly Hills Clear Brow Gel Gel Aso Seal Mutt. Keine Ahnung. Das war auch gratis bei einer Bestellung mit dabei. Wenn man einen gewissen Bestellwert erreicht, manchmal hast du das ja... Der Augenbrauenstift ist übrigens in der Farbe 3,5 Neutral Medium Brown. Der möchte ausgetestet werden. Das ist so ein Mini-Zauberstab, ne? Das ist schon süß. Ich mag das. Doch, den habe ich schon mal verwendet. Jo. M, 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 M. Der ist so zum Hochdrehen und hat eine ganz feine Spitze, Mine. Und, äh, den trage ich mir jetzt mal auf. Jo, damit lässt sich auf jeden Fall ziemlich schnell arbeiten. Und man kriegt, äh, sehr präzise und leicht, ähm, eine Form in die Augenbraue rein. Und kann die schön damit auffüllen. Das finde ich ganz toll. Das gefällt mir. Und deswegen mag ich das Produkt auch sehr gerne. Was halt das Problem bei solchen Produkten ist, dass dir die Mine halt unfassbar schnell abnutzen wird. Und dass du den halt recht schnell aufgebraucht haben wirst. Das bei so einem teuren Produkt ist immer so eine Sache. Deswegen scheue ich immer davor zurück, solche teuren Produkte mir dann zu kaufen. Ähm, und hole mir dann lieber welche von, keine Ahnung, meinem Lieblingsaugenbrauenstift. Das habe ich ja schon öfters mal gesagt. Ist der von Dr. Pierre Rico. Den finde ich richtig klasse. Der ist ja zum Anspitzen. Ähm, oder halt von Catrice, den ganz normalen, die man so kennt, ne? Aber halt, die halt zum Anspitzen sind und wo man halt doch irgendwie mehr Produkt drin hat, ne? Aber die Farbe passt definitiv hier und gefällt mir auch richtig gut. Und das funktioniert halt schnell und einfach. Also von daher geiles Produkt, aber echt teuer. Wenn ich solche Produkte sehe oder solche Aktionen, dass es halt so sauviele Goodies bei Douglas oder so gibt, dann poste ich das auch auf Instagram immer. Da kannst du mir gerne mal folgen. Da heiße ich Aidoiq P. Das ist Claudia rückwärts und ein P dahinter. Ähm, ja. Da poste ich auch immer, wenn ich neue Adventskalender oder sonst irgendwas finde. Eben, weil es da schneller geht, ne? Ich kann da nicht jetzt mal eben kurz ein YouTube-Video von machen. Weil das musst du drehen, das musst du schneiden, das musst du hochladen, das muss konvertiert werden und alles. Und das geht dann schneller auf Instagram. Auch wenn natürlich die Hauptaktion von mir hier auf YouTube stattfindet. So Nebeninformationen findet man von mir immer auf Instagram. Und da findet man dann auch mal so ein bisschen private Einblicke. Wenn Sammy mal wieder Blödsinn gemacht hat. Oder wenn ich einfach mal Lust habe zu sagen, hey, guck mal, was ich gerade koche. Oder, ne? Den ganz normalen, üblichen Wahnsinn aus meinem Leben halt. Ja, ne? Also meine Augenbrauen sehen dann soweit aufgefüllt und relativ natürlich nachgezogen aus. Und das gefällt mir ganz gut. Als nächstes möchte ich ja gerne dieses Augenbrauen-Gel hier verwenden von Anastasia Beverly Hills. Ja, also auch sowas hätte ich mir wahrscheinlich niemals gekauft. Das ist halt klar. Hat hier so ein Spoolie vorne dran. Und dann gehe ich einmal hier nämlich so, dass meine Augenbrauen nach oben stehen durch meine Augenbrauen durch. Lasse es jetzt quasi erstmal an dieser Seite ein bisschen antrocknen. Gehe dann auf die andere Seite. Also so mache ich das immer mit dem Benefit 24 Hours Brow Setter. So, hoch. Dann stehen die natürlich so ganz wild nach oben ab, aber trocknen dann ein bisschen an, sodass ich halt ein bisschen Volumen meiner Augenbrauen reinkriege. Und dann gehe ich oben ganz fein entlang und lege die Härchen, die hochstehen, runter. So, und habe dann quasi voluminöse, aber schöne Augenbrauen, oder? Ich finde, das sieht irgendwie so ein Stück weit natürlich aus, aber halt auch irgendwie hat was Cooles. Das mag ich einfach vom Stil hier am liebsten. Und so mache ich das eigentlich immer bei mir. Ja, das Gel ist jetzt das erste Mal benutzt worden von mir. Kann ich jetzt so nicht viel zu sagen, außer dass es sich ganz gut so jetzt verarbeiten ließ, ganz gut anfühlt und okay zu sein scheint. So, kommen wir nun zum Herzstück auch von dieser Too Faced Paletten, Gedönsgeschichte, Let It Snow Girl Reihe. Und dann nehme ich hier mal die Lidschattenpalette raus. Auch die dreht man. Auch kein Spiegel, leider, leider nicht mit dabei. Und das sind die Töne. Das sieht doch schon mal sehr, sehr vielversprechend aus, oder? Meine Herren, also da hast du sowohl neutrale Töne, also wenn du hier so dich in der Mitte aufhältst, aber wenn du hier hin gehst, gehst du in das sehr, sehr kühle. Hier gehst du in das erdige, waldige mit dem Grün auch mit dabei. Hier unten hier nochmal so ein Pop of Color mit dem Lila. Also es ist schon eine aussagekräftige Palette, mit der du richtig schöne Sachen machen kannst. Und ja, die auch, jede Farbe hat ihren Namen. Das finde ich auch immer so charmant, ne? Jo, dann gucken wir mal, wie wir damit arbeiten können. Es ist ein bisschen schwierig damit zu arbeiten, weil du hier halt keinen Spiegel hast, ne? Das wäre ein bisschen cooler gewesen, aber na, so hat man das dann wie eine Farbpalette vor sich liegen und nimmt dann halt einen anderen Spiegel zu Hilfe. Bevor ich jetzt irgendwie quasi den Lidschatten verwende, nehme ich eine Lidschattenbase, da habe ich die von Urban Decay Eyeshadow Primer Potion, das ist diese hier. Ich glaube, die habe ich schon mal gezeigt, aber ne? Kann ich jetzt mal nochmal verwenden. Ist halt hier mit so einem, äh, Füßchen. Und die kommt einfach ganz grob motorisch aufs Auge und wird dann einfach verteilt, eingeblendet, wie auch immer man das nennen mag. Druff damit. Mit der Farbe Cookie Butter werden wir jetzt zuallererst mein Lid setten. Ja, kommt ganz gut, Pigment drauf. Telefon. Die Farbe Finecone gebe ich mir in die Lidfalte. Ja, die Kamera nimmt das jetzt nicht so gut auf, beziehungsweise die Farben, weil das reflektiert natürlich das Licht immens, muss ich sagen, ne? Oh, das ist so ein schöner... Hm, Camelton. Kamelton, wie auch immer man das nennen mag. Senf, gelb, braun. Ich muss gestehen, also da reden jetzt ja in der Zeit sehr, sehr viele drüber und ich möchte meine Meinung auch nochmal dazu äußern können. Es gibt zur Zeit sehr, sehr viele Produkte, die immer wieder auf den Markt gedroppt werden und nur Neues, immer wieder Masse, Masse, Masse. Ich hole mir nur das, worauf ich Bock habe. Also ich werde jetzt nicht in jedem DM oder bei jeder LE zum DM rennen und mir die holen, einfach, um sie zu haben. Wenn ich sie nicht so unbedingt schön finde, dann hole ich sie nicht. Also, ne? Wenn ihr Neuheitenvideos sehen möchtet, wo halt gezeigt wird, was gibt es Neues auf dem Markt, da gibt es genug Kanäle, die entsprechend diese Produkte dann vorstellen und dann Bilder dazu einblenden. Aber, ja, alles kaufen kann und will ich nicht, weil mir auch die finanziellen Möglichkeiten dafür einfach nicht gegeben sind und ich mich da nicht so auf dieses Extremkonsumverhalten stürzen möchte. Natürlich kaufe ich das ein oder andere, worauf ich Bock habe, aber ich versuche das Ganze doch irgendwie noch so ein bisschen im Rahmen zu halten. Soweit es halt irgendwie geht, ne? Also, klar, dass du immer wieder neue Produkte hast, die auch neue Qualitäten haben. Das ist ja auch irgendwie logisch, ne? Und dass das Ganze, dass der Markt sich weiterentwickelt. Da passe ich mich auch entsprechend an und hole mir dann auch neue Produkte, probiere sie aus. Aber ich muss jetzt nicht jeder einzelnen neuen Lidschattenpalette von einer bestimmten Mark hinterherrennen und sie besitzen. Das brauche ich nicht. Diese Kamelfarbe finde ich eigentlich ganz schön, so als Basis-Lidschatten-Preparation-Reinmach-Gedöns. Dann werde ich mir nun eine Farbe nehmen, um meine Lidfalte zu vertiefen. Dafür nehme ich die Farbe Cookies Served. Die Kekse sind serviert. Und da hast du ein bisschen Kickback. Das kannst du dann backklopfen, weil du einfach sehr viel Pigment auf deinem Pinsel bekommst, wie du siehst. Da gehe ich ganz vorsichtig in die Lidfalte. Und hier auch am äußeren Drittel. Im Augenwinkel reinblenden. Ganz vorsichtig. Wir wollen es harmonisch. Dann dippe ich noch einmal vorsichtig rein. Und blende mir das schon direkt hier unten unter den Wimpernkranz mit rein. Aber nur so bis zur Pupille, also bis zur Hälfte. Also die Farben lassen sich wirklich nett ineinander verblenden. Aber man muss schon ein bisschen präzise arbeiten und vorsichtig damit arbeiten, weil du ansonsten halt schnell die Farbe überpigmentiert auf dem Auge hast. Also es bietet sich bei diesen Paletten auch immer wieder sehr, sehr an, dass du vorsichtig reingehst. Also lieber zweimal mehr reingehen und dann immer vorsichtig aufbauen, als dass du einmal reingehst, so wie bei dem Bronzer jetzt zum Beispiel, und mega was drauf hast und das dann erstmal ausblenden musst. Das erfordert viel, viel mehr Mühe, als wenn du das immer nur vorsichtig nach und nach Stück für Stück machst. Ich blende das auch so ein bisschen noch nach oben hin aus. Schon mal so ein bisschen alles einarbeiten. Also die Töne sind so quasi die Popfarben, die man so nehmen kann, um dem Look quasi den letzten Schliff, das letzte Leben zu geben. Das letzte Leben, das hört sich irgendwie creepy an. Irgendwie zieht es mich gerade zu diesem Grün, zu dem Treat Yo Elf. Zu diesem hier. Den finde ich irgendwie geil. Also ich bezweifle, dass ich den mit diesem Pinsel hier aufnehmen kann, aber ich probiere das mal. Gebe mir den mal so auf. Ne. Ich glaube nichts. Ah, da wird er halt sehr, sehr dezent, ne? Wollte ich jetzt hier so außen mal hinsetzen, so in Anlehnung daran, dass ich ja grünbraune Augen habe. Und eigentlich diese grünbraunen Looks total schön finde. Ich versuche es mal, ob das mit dem Finger jetzt besser funktioniert, aber ich denke mal ja. Kannst du zwar nicht so präzise mitarbeiten und hast dann dementsprechend auch mehr nachher zu verblenden und du hast ein bisschen mehr Glitzer, was runterfällt. Aber es funktioniert deutlich besser, weil du kriegst einfach was aufs Auge, ne? Das verblende ich mir jetzt im Lied nochmal hier mit dem fester gebundenen Blendepinsel und ohne neue Farbe aufzunehmen. Aber ansonsten finde ich das ganz schön mit dem Grün und würde jetzt aber nach innen hin deutlich heller werden wollen. Und da nehme ich jetzt die Farbe Break the Eyes. Ja, das ist deutlich dunkler jetzt in der Kamera, als es tatsächlich ist. Der ist etwas feiner tatsächlich und sollte jetzt auch funktionieren eigentlich. Ja. Ja, 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 ja. Der hat eher so einen Perlglanz, leichter Schein und, ne? Sehr sanft, also nicht so grob Glitzer, so wie das Grün, sondern einen leichten, nassen Schimmer, ein leichter Schein. Ja, und den kann ich auch direkt als Inner Corner Highlight nehmen und als Augenbrauen Highlight. Ich gehe jetzt nochmal mit diesem Fine Cone Tone, dieser, ja, Kamel Ton, sage ich mal, so ein bisschen dazwischen noch her, um die Übergänge ein bisschen noch zu soften. Weil mir ist jetzt so ein bisschen viel von diesem ganzen Glitzerigen und Schimmerigen zu viel runtergekommen. Da möchte ich schon eine etwas schönere Abgrenzung haben. Das heißt, das blende ich hier nochmal vorsichtig so mit rein. In diesen Bogen hier. Ja, das hier fällt mir jetzt schon mal viel, viel besser. Ne? Mag ich gerne leiden und ist jetzt auch nicht zu extrem. Ich überlege, ob ich mir irgendwas noch hier aufs Zentrum gebe. Aber ich weiß noch nicht was. So, ich gebe mir die Farbe Let it Shimmer. Das ist diese hier. Einfach mal mit dem Finger aufs Zentrum. Ja, das war eine gute Entscheidung. Hast du nämlich nochmal ein bisschen mehr Bewegung mit dabei. Ne? Das gefällt mir. Okay. Ja. Schöne Palette. Muss man halt vorsichtig mit arbeiten. Aber so ein Christmas-Look kannst du da definitiv schön mitschminken. So sieht das Kunstwerk von Weitem aus. Ich möchte jetzt erstmal mein Gesicht setten. Weil ich habe jetzt soweit die pudrigen Texturen bis auf den Highlighter drauf. Da nehme ich hier von How Cosmetics Indigo Child Setting Skin Perfekter. Und da freue ich mich sehr drauf. Ernsthaft. Das ist so ein hochwertiges Packaging immer. Ja. Ich schüttel sowas immer ganz gerne. Gucken wir mal, wie der Sprühnebel so ist. Oh ja. Schön fein. Oh, der Duft ist so herrlich. Das riecht genauso wie auch der Primer riecht. Oh, schön. Oh, ich möchte mehr davon. Oh, es ist so angenehm. Es riecht echt sehr, sehr angenehm. Schön. Und verwende nun den Highlighter, den ich hier in dem Kopf von dem Mädel drin habe. So, das ist der Angel Wings Highlighter. Gehe ich vorsichtig durch. Denn ich habe ja eigentlich schon Kabell mit dem Gesicht. Aber hey, da will ich mehr. Es ist ein schöner Highlighter. Und jetzt in Kombination mit dem anderen von eben. Boah, es ist schön. Da kannst du dir richtig, richtig schön so einen Champagnerfarbenen mit leicht Rosé Shift Highlighter setzen. Das sieht sehr harmonisch aus jetzt. Oh, hier, hier. Das ist ein Highlighter, der ist dezent. Aber nicht zu dezent, muss ich sagen. Du hast da einen leichten Schimmer mit dabei. Aber der haut dich jetzt nicht vollkommen von den Socken. Beziehungsweise der macht nicht so einen krassen Glitzer oder sowas. Der ist sehr, sehr nass. Das mag ich ja. Ja. Übrigens, Setting Spray gefällt mir auch sehr, sehr gut jetzt, wo es auch komplett getrocknet ist. Ich habe jetzt gerade schnell den Highlighter drüber gemacht, weil ich mache den gerne drauf, wenn es noch so halb feucht ist. Halb feucht vor allem. Damit der ein bisschen besser hält halt auch. Und genau. Und dann sich besser anschmiegt. Das Setting Spray ist direkt getrocknet. Du fühlst nichts auf der Haut. Es fühlt sich sehr angenehm an. Hat aber dann tatsächlich noch einen leichten Glow mit drüber gelegt und wieder Leben ins Gesicht gebracht. Finde ich sehr schön. Und ja. Ne? Ich bin heute so, so, Mensch. So schöne Produkte, die ich hier verwende. Es sind immer so, wenn du neue Sachen nimmst, die du halt vorher noch nicht verwendet hast und es funktioniert, dann macht es Spaß. Gut. Jetzt möchte ich gerne noch mir einen Eyeliner ziehen. Da habe ich hier von Zoeva. Den hatte ich, glaube ich, wo habe ich den her? Weiß ich nicht. Ich glaube auch irgendwie mal als Zugabe mit dabei gehabt. Black Box Calligraphic Eyeliner ist das. Liquid Black. Das ist dieser hier. Ich bin ja kein Fan von Dip Eyelinern, aber ich probiere ihn mal aus. Ist relativ dick vorne. Also das ist jetzt kein feiner Eyeliner. Das heißt, da muss ich jetzt sehr vorsichtig mit arbeiten. Also Konzentratione. Es geht. Also du kriegst jetzt keinen Feinwing oder sowas hin, aber du kriegst schnell Produkt aufs Auge. Man kann sich auch schnell einen Eyeliner damit ziehen, aber du kannst es auch schnell verkacken. Ja. Ne? Da möchte ich jetzt nicht unbedingt viel noch nachkorrigieren oder so. Weil ich glaube, wenn ich jetzt noch nachkorrigiere, dann verkacke ich das wirklich und mache ihn zu dick. Mensch, mein Make-up gefällt mir heute wirklich. Ich mag das. Ich mag es wirklich. Ich mache so ein bisschen mal mit dem Finger unter dem Auge. Das mache ich gerne mal so zwischendurch, weil da habe ich jetzt gerade ein paar Bröckelchen von dem Glitzer von oben runtergekriegt, glaube ich. Oder die waren in den Wimpern. Das hast du ja öfters mal. So. Ja. Jetzt möchte ich gerne noch einmal eine Mascara verwenden. Da habe ich auch von Too Faced. Also irgendwie habe ich heute ziemlich viel Too Faced Produkte hier mit bei. Die Damn Girl Mascara. Auch die habe ich mir neu gekauft, weil ich sie interessant fand. Oder habe ich sie dazu gekriegt? Das weiß ich gerade gar nicht. Ich weiß es gerade wirklich nicht. Ja. Sieht ganz cool aus. Also das ist halt, ne? Das neue Packaging. Das ist einfach ein Highlight. Das ist voll weihnachtlich und Silvester und alles. Hat ein Oschi von Bürstchen. Damn. Ach, du hast es nicht. Oh mein Gott. Wie soll ich damit arbeiten? Okay, ich versuche es. Riecht irgendwie anders. Ein bisschen nach Farbe. Wir testen das mal aus. Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Also ich muss sagen, dass sie mir ganz gut gefällt. Sie macht einen schönen Schwung in die Wimpern. Sie macht schönes Volumen. Sie macht schöne Länge. Jo. Ist jetzt aber nichts, wo ich sage, oh mein Gott, das war jetzt noch nie da gewesen. Damn, girl. Das ist ja unfassbar gut. Da gefällt mir die Better Than Sex Mascara tatsächlich noch ein bisschen besser. Bei den Bürstchen musst du immer ein bisschen aufpassen. Es sammelt sich nämlich hier vorne immer wieder Produkt. Das musst du immer abstreifen, bevor du es auf deine Wimpern drauf machst. Weil du ansonsten da einfach so einen Klumpen hast. Und es macht dann keinen Spaß. Jo. Ansonsten mag ich die Mascara. Jo. Als Lippenstift kann man jetzt unterschiedliche Sachen nehmen. Ich mag unheimlich gerne. Das ist jetzt kein neues Produkt, aber ich mag es halt gerne. Von Clinique den Love Pop. Den hatte ich mal in der Clinique Glossy Box oder so mit drin. Den kann ich jetzt mal drauf machen. Der bildet halt jetzt so einen harmonischen Übergang von Augenmakeup zu meinem Oberteil. Also zu dem Augenmakeup passt meiner Meinung nach sehr, sehr viel an Lippenstift. Ob ich da jetzt Rot nehme, ob ich da jetzt einen Lipgloss nehme, ob ich jetzt so einen Rosenholz-Pinky-farbenen nehme. Da ist jeder ja irgendwie frei, wie er möchte. Und ja, ihr Lieben, das ist jetzt der fertige Look. Mir gefällt es ziemlich gut und ich finde, ich habe ziemlich coole neue Produkte jetzt hier bei mir. Und freue mich, die weiterzuverwenden. Äh, kurz meine Haare bändigen. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz teuer gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Style & Talk Videos. Hier unten mein neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!